Denken Sie noch einmal an das Zeichen mit den Trillerpfeifen. Dann, Achtung, Achtung, zur Seite, dann kommt nämlich ein Gespann um die Ecke oder es besteht eine Gefahr. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht in den Fahrwegen stehen und kommen Sie auch. Viel Spaß hier beim 73. Oldburger Landesturnier. Wir sind in den Prüfungen der Vierspänner Geländefahrten der Klasse S. Im Rahmen dieses Turniers und natürlich auch der deutschen Meisterschaften, weil die werden hier ausgefahren. Die deutschen Meisterschaften der Vierspänner-Bestandteile sind die Dressur, das Kegelfahren und das Geländefahren. Und wir werden dann heute Nachmittag die Ehrungen der deutschen Meister hier vorsehen können. Ich stehe hier nur oben auf dem Pfotzen drauf. Anne Hörster im Hindernis Nr. 5. Sie fährt jetzt durch die verschiedenen Tore und hat es geschafft mit 82,666.